Hallo Werder-Fans! Kommen wir zu unseren Team-News. Vermeintliche Spekulationen, dass ein großer Spieler von Werder Bremen bald nach Algerien aufbrechen könnte. Ist es wahr? Aber bevor wir diese Geschichte besser verstehen, wenn Sie die wichtigsten Neuigkeiten von Ihrem Team nicht verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal, da wir immer aufmerksam auf die neuesten Bremer Nachrichten sind. Mitchell Weiser wartet noch immer auf sein erstes Alländerspiel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Der Verteidiger des SV Werder Bremen soll angeblich in Erwägung ziehen, künftig für die algerische Nationalmannschaft zu spielen. Mitchell Weiser hat in seiner Karriere mehr als 40 Länderspiele für Deutschland bestritten. Der aktuelle Profi des SV Werder Bremen war bereits Dauergast bei den Trainingskursen des Deutschen Fußballbundes, DFB. Allerdings blieb dem U21-Europameister von 2017 stets der Sprung in die A-Nationalmannschaft verwehrt, möglicherweise trägt er künftig das Trikot einer anderen Nation. Wie der Kicker berichtet, prüft Weiser derzeit die Möglichkeit, algerischer Nationalspieler zu werden. Auf Nachfrage der Deichstube bestätigt Weisers Beratungsbüro Roof, dass solche Überlegungen bestehen. Formal wäre Weisers Idee möglich, weil die Familie seiner Mutter aus Algerien stammt und er auch ohne Länderspiel den Verband wechseln kann. Es besteht bereits Kontakt zum algerischen Verband. Ob Mitchell Weiser für die anstehende Länderspielpause in zwei Wochen nominiert werden kann, ist eine offene Frage. Laut Informationen steht die Deichstube bisher Werder Bremen nahe, eine Anfrage für den Außenverteidiger ist jedoch noch nicht eingegangen. Der algerische Nationaltrainer Djamil Belmadi muss sich noch endgültig entscheiden, ob er Weisers Dienste in Anspruch nehmen möchte. Und du, Werder Bremen-Fan? Glauben Sie, dass sich Mitchell Weiser für Algerien entscheiden wird? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren. Sie ist sehr wichtig für Werder. Und denken Sie daran, den Kanal zu abonnieren, um die neuesten Nachrichten nicht zu verpassen.